Hallo und herzlich willkommen beim CodentHQ. Mein Name ist Olli und wir sprechen heute über Once Upon a Time in Hollywood. Und um das festzustellen, habe ich mir den Film hier mal ganz in Ruhe angeschaut, bewusst auf Bild und Ton geachtet und möchte euch jetzt sagen, ob sich diese UAD für euer Heimkino lohnt. Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Ja, wieder so ein Film, bei dem sich die Geister scheiden. Viele, viele mögen ihn sehr. Manche sagen auch, das ist sein bester Film. Andere finden ihn furchtbar und sagen, das ist das Öde, was ihr irgendwie seit Ewigkeiten gesehen habt. Ich persönlich, ich habe keine Ahnung, ob es mein Lieblings-Tarantino ist. Er ist jedenfalls ganz, ganz, ganz weit vorne. Ich habe da riesig viel Spaß dran. Ich könnte Brad Pitt und Leonardo DiCaprio auch eine Woche lang zugucken, wie sie durch das Hollywood der 60er Jahre fahren. Und ganz viel Spaß, die Kommunikation zwischen den beiden, hinter die Kulissen schauen der damaligen Filmwelt so ein Stück weit und dann in die Produktion eintauchen, die Mythen, die die beiden umgeben und all das, was halt dazugehört und natürlich von Tarantino einfach wirklich schön erzählt wird. Das macht einfach super viel Spaß, mir zumindest. Und gerade beim zweiten Mal hatte ich noch mehr Spaß an dem Film, einfach weil ich wusste, was passiert. Weil wir ja in einer spannenden Zeit unterwegs sind mit Sharon Tate und ihr Schicksal kennt ihr. Und genau. Also, Tarantinos neunter Film, ihr wisst ja alle, er sagt ja, er macht nur 10. Ich hoffe, er bricht damit oder er ist dann nur noch Produzent oder was weiß ich. Weil so ein Tarantino-Film ist ja doch immer schon nochmal was Besonderes. Man freut sich da drauf, man denkt, okay, cool, das wird super. Und in der Regel ist es ja auch so. Aber es ist ja auch ein Stück weit so, entweder gefällt einem dieser Stil oder halt eben nicht. Weil es ist ja nicht so, dass da mal was dabei ist für jedermann. Aber ich glaube, jemand, der Pulp Fiction nicht mochte, keine Ahnung, ist vielleicht ein schwieriger Vergleich. Ich weiß nicht, ob derjenige dann pauschal auch sagen kann, der mag das ja auch nicht. Falls einer unter euch ist, der sagt, das eine ist super, das andere ist super Kacke, sagt mir doch gerne mal Bescheid. So, aber wir unterhalten uns jetzt über die UHD und die Blu-ray. Zuerst beginnen wir mit dem Film im Allgemeinen, mit ein paar Eckdaten. Der Film wurde natürlich Regie geführt von Quentin Tarantino. Hatte eine Laufzeit von 161 Minuten und ist erschienen im Jahre 2019. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich im Kino saß und das im Film gesehen habe. Das war in so einem schickeren Kino hier um die Ecke, da lief der. Und dann gab es dann halt mit so einem Tischchen und so, so wie man das in so einem großen Multiplex jetzt gar nicht mehr hat. Aber das war cool. Und ich hatte auch hier wieder sehr, sehr, sehr ernste Leute neben mir den Film über, die dann erst zum Schluss wirklich aufgetaut sind. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr warum. Das war ein gutes Kinoerlebnis auf jeden Fall. Ich habe ihn seitdem noch ein paar Mal gesehen. Jetzt war ich hier sehr gespannt, was die UHD kann. Ich habe die UHD lange Zeit nicht gekauft, weil ich dachte, boah, ja gut. Es ist halt ein sehr dialoglastiger Film. Das heißt, tonal brauchen wir jetzt hier keine Wunder erwarten. Bild weiß ich nicht, wie groß der Unterschied sich bemerkbar macht. Die Wahrheit ist, ich habe dieses Steelbook für 13 Euro. Ich glaube, es waren 13 Euro. Letztens bei Amazon bekommen. Und da konnte ich nicht nein sagen. Da habe ich gedacht, gut, komm, jetzt machst du es. Und dann habe ich gedacht, dann können wir jetzt auch gleich drüber sprechen, weil ich glaube, dass der regelmäßig mal weniger Geld kostet, als das bei so einem UHD-Film üblich ist. Dementsprechend, hier sind wir. Ganz schnell zur Handlung. Ich habe es eigentlich schon grob abgerissen. Wir verfolgen halt Rick Dalton. Der wird gespielt von Leonardo Di Cabrero. Der hatte seine Glanzzeit bei einer Western-Serie. Bounty Law und als Kopfgeldjäger, sowas in der Richtung. Und dafür war er halt super bekannt. Jetzt ging es aber immer weiter bergab und seine Karriere verfällt so ein bisschen. Sein Stunt-Double ist Brad Pitt oder wird gespielt von Brad Pitt, Cliff Booth. Und die beiden haben halt eine super enge Freundschaft, hängen viel zusammen rum, gucken sich die Produktion von sich an. Und ich habe es eben schon gesagt, es gibt diverse Geschichten rund um die beiden oder mit den beiden. Und wir begegnen Bruce Lee. Wir verfolgen natürlich auch Margot Robbie als Sharon Tate. Eine ganze Zeit lang oder immer mal wieder begegnen hier auch Roman Polanski. Also, oder sogar hier Damien Lewis heißt er, meine ich. Ja, mal gucken. Den kennt man, also ich kenne ihn vor allem aus Homeland. Der spielt Steve McQueen. Und ja, alleine wenn er das erzählt, wie da die Verbandelung, oder wie Tarantino uns schnell erzählen möchte, wer da mit wem was zu tun hat und warum bei so einer Playboy-Party. Also, herrlich, herrlich. Wirklich, also, wie gesagt, ich könnte mir das stundenlang angucken. Mich unterhält das prima. Ich verstehe aber auch Leute, die sagen, boah, 2 Stunden 40, komm. Das geht doch, das geht doch kürzer. Fangen wir doch an mit dem Bild. Das Bild der UAD ist erstmal natives 4K. Das ist natürlich cool. Die Auflösung ist super. Wir haben sehr schöne Kontraste. Wir haben ein natürliches Bild. Und ein Stück weit mag dieser Vintage-Look-Absicht sein, aber ich finde, dass die UAD das Ganze einfach nochmal ein bisschen besser macht, als jetzt die Blu-Ray im direkten Vergleich. Das heißt, bei der Blu-Ray hat man häufig so einen leichten Schleier da drüber, so eine gewisse Färbung. Die finde ich bei der UAD besser gelungen. Das gefällt mir persönlich besser. Das ist eigentlich der markanteste Unterschied. Außerdem haben wir natürlich durch das HDR einfach schönere Kontraste. Die Hintergründe sind ein bisschen deutlicher. Wir haben, die Farben sind für mich insgesamt, also nicht nur Hauttöne, sondern auch Farben sind für mich insgesamt deutlicher, kräftiger. Davon profitiert natürlich dieses wilde Los Angeles aus der Zeit und den vielen bunten Autos und der Reklame und insgesamt. Also auch alleine schon die Outfits von unseren drei Hauptdarstellern ist schon, ja, das wirkt einfach nochmal so einen Tacken, Tacken besser auf der UAD meiner Meinung nach. Die Schärfe ist für mein Empfinden auch nochmal ein bisschen knackiger als auf der Blu-Ray, aber ich muss auch dazu sagen, das Bild der Blu-Ray ist auch schon sehr gut. Es ist ein bisschen heller, klar, wie immer. HDR sorgt halt dafür, dass das Bild insgesamt ein bisschen dunkler ist. Dafür kommen aber insgesamt Bereiche einfach besser raus oder die Abstufungen sind etwas feiner. Das ist bei der Blu-Ray natürlich nicht so. Dementsprechend sind hellere Flächen häufig ein bisschen sehr hell, aber jetzt nicht, dass ich würde jetzt nicht sagen, dass sie überstrahlen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber auch hier ist die Auflösung nicht schlecht und die Blu-Ray ist nicht weiter hinter. Deswegen schöne UAD, die für mich die natürlichere Färbung hat im Bild, aber ja, das war's mit den Unterschieden eigentlich. Beim Ton sind die Unterschiede noch geringer. Es ist so, dass wir auf Blu-Ray und UAD im Deutschen eine DTS Master HD 5.1 haben und im Englischen haben wir auf der Blu-Ray die gleiche Spur. Im Englisch, äh Quatsch, auf der UAD wird daraus eine 7.1. Das heißt, qualitativ tut sich da nicht wirklich was, aber das liegt da dran, sie ist von Anfang an einfach schon prima. Wir bekommen eine wirklich gute Spur auf beiden Discs und da ist jetzt kein großer Vorteil drin. Aber kurz zu den Spuren insgesamt, klar, dialoglastiger Film. Das Einzige, wenn es ja wirklich mal knallt, ist eigentlich, wenn wir Filmausschnitte aus den vergangenen Serien, Filmen etc. von Leonardo DiCaprio sehen. Da kommt dann auch mal ordentlich Bruch drüber. Aber ansonsten dieses Grundrauschen die ganze Zeit der Stadt und was so rundherum los ist, das gefühlt mir eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut. Das hatte dann auch eine schöne Räumlichkeit. Das kam aus allen Ecken, wo es herkommen soll. Autos, die haben auch ein schönes monotones Brummen. Man merkt die kräftigen Motoren. Das macht Spaß. Das ist für mich auch gut umgesetzt. Also die Dialoge waren auch zu jeder Zeit gut verständlich. Von daher, die Tonspuren tun für mich genau das, was sie sollen. Mehr wäre jetzt hier auch perlenvolle Säue, weil ich meine, wie gesagt, es wird hauptsächlich gesprochen in diesem Film. Und solange die Atmosphäre mitgenommen wird und übertragen wird, ist eigentlich schon alles getan. Dementsprechend zur Dynamik brauche ich nicht viel sagen. Wenn die Musik an manchen Stellen einsetzt, dann kommt noch mal so ein Schub. Aber es ist jetzt nicht so, dass man hier vom Feuerwerk irgendwie überrascht wird. Damit kommen wir zum Pro und Contra. Auf der Pro-Seite haben wir bei der UAD ein kontrastreiches, scharfes, natives, schönes 4K-Bild. Gefällt mir da wirklich gut. Ist für mich das natürlichere Bild im Vergleich zur Blu-Ray. Beim Ton haben wir für beide Sprachen schöne DTS Master HD-Spuren. Im Englischen eine 7.1, im Deutschen eine 5.1. Die tun alles, was sie tun sollen. Die Geräusche kommen aus der Ecke, wo sie herkommen sollen. Wir haben klare Dialoge. Ab und zu, wenn die Musik richtig einsetzt, haben wir auch Dynamik drin. Von daher eine schöne Räumlichkeit und Atmosphäre wird gut aufgegriffen. Bonusmaterial ist etwas vorhanden. Gibt einen guten Überblick über die Produktion. Ich glaube, wir haben 5 Featurettes dabei. Also es ist cool, um da noch mal hinter die Kulissen zu gucken. Auf der Contra-Seite. Boah, ja, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen für diesen Film. Passte das jetzt für mich? Es ist jetzt keine perfekte UAD, aber einfach aus dem, was man gegeben hat an Material, wurde das für mich jetzt hier prima umgesetzt und ist eine prima Scheibe. Der größte Makel ist wahrscheinlich, dass der Unterschied zu Blu-Ray so gering ist. Aber das spricht ja dann wieder für die gute Blu-Ray. Also, alles gut. Blu-Ray-UAD-Vergleich. Tja, keine Ahnung. Ich glaube, die Blu-Ray tut es. Wie gesagt, wenn ihr Deutschgucker seid, da tut sich im Ton für euch gar nichts. Wenn ihr Englischgucker seid, tut sich nur was, wenn ihr ein anderes Setup fahrt. Beim Bild, ja, ihr habt die natürlicheren Hauttöne. Ihr habt insgesamt auch mehr Kontrast. Ihr habt mehr Auflösung. Sprich, wenn ihr zu Hause auf 4 Meter Leinwand guckt, habt ihr was von der UAD. Ansonsten, ja, man erkennt mehr Feinheiten. Aber ob die jetzt einen enormen Preisunterschied rechtfertigen, weiß ich nicht. Dementsprechend, wenn ihr jetzt so ein Steelbook und ihr habt da Spaß dran oder ihr kriegt die UAD im Allgemeinen für einen guten, guten Kurs, dann kann man die gut nehmen, weil es ist ein Upgrade zu Blu-Ray. Aber wenn der Preisunterschied sehr hoch ist, dann würde ich es nicht tun. Jetzt ist die UAD ja auch schon ein paar Tage auf dem Markt. Ich denke, auch hier kann man wieder gut Gebrauch kaufen. Es gibt ja die gängigen Plattformen, ansonsten schaut doch mal bei Kleinanzeigen. Man wird da ja schon fündig. Von daher, wenn ihr sie günstig kriegt, UAD. Sonst ist die Blu-Ray einfach auch schon sehr, sehr, sehr gut. Once Upon a Time in Hollywood ist ein Film, der mir sehr viel Spaß macht. Er hat eine sehr eigene Erzählstruktur. Man könnte ihm vorwerfen, dass er etwas vor sich hin dümpelt, aber gerade das, und ich hinterstelle hier pure Absicht, ist einfach, um den Zuschauer einzufangen und zu sagen, hier, guck dir das an, lass das auf dich wirken. Und dann ist es ein Tarantino. Ich finde Leonardo DiCaprio und Brad Pitt hier als Du großartig. Ich könnte dem, wie gesagt, ich könnte meinen Ewigkeiten zugucken. Ich habe da wirklich diese ganze Interaktion in diesem Hollywood der 60er Jahre. Es ist super toll, macht sehr viel Spaß. Margot Robbie als Sharon Tate ist auch hervorragend. Insgesamt für mich ein wirklich, wirklich guter Tarantino, den ich immer wieder gerne sehe. Und die UAD fängt das Ganze für mich sehr atmosphärisch, sehr räumlich und kontrastreich auf. Das war es von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne, gefällt mir da, dann merke ich auch, dass es euch gefallen hat. Und ansonsten, tja, wenn ich es schon so oft gesagt habe, was ist euer Lieblings-Tarantino und wieso? Wie findet ihr Once Upon a Time in Hollywood? Ja, vielen Dank für eure Zeit heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis nächsten Mittwoch. Ciao!